zufällig gibt es die gibt es eigentlich gar nicht neulich habe ich mich noch lustig gemacht über meine konstruktion die die kamera da oben hält und das video war noch nicht veröffentlicht da kommt eine mail von ulanzi oder von juju rick gehört irgendwie zusammen ob ich nicht dieses ding hier testen wollte das teil heißt streaming und studio desk stand for youtube tiktok game streaming kleine studio und online bildung mit drei einstellbaren arme zwei kilo nutzlast verleichtete slr kamera mikrofon und video licht und so sieht das ding aus bla 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 guck mal hier so das ist genau das weshalb ich gedacht habe vielleicht könnte es doch was für mich sein weil erst dachte ich streaming und sowas mache ich eigentlich brauche nicht video gibt es auch da wird wahrscheinlich gezeigt wie man es richtig macht wir probieren es auch selber aus gucken wir mal rein was wir da drin haben ich habe selber nur einmal kurz rein geguckt und ja haufen zeug fangen wir mal okay metall auf jeden fall ist immer gut damit wird es ein tisch geschraubt und das wird zeigen ob das dann hier irgendwie wackelt jede menge müll ich würde sagen ich packe das einfach mal aus und dann gucken wir wie es zusammenpasst ich glaube ich habe alles dieses zeug hier und dieses zeug hier so das brauchen wir nicht gut momentan zieht es bei mir so aus da steht die kamera und diesen bereich blendest du jetzt bitte mental aus und da oben ist eben die konstruktion zack steht da drauf also meine werkstatt hier drin wobei eigentlich ist mein youtube studio und mal gucken wie wir das umbauen können auf dem bild sah das ding viel höher aus so was so die erste version steht aber ich glaube das ist noch nicht der weißheit letzter schluss schuss wie heißt das keine ahnung aber es ist stabiler als gedacht aber so wackelt es natürlich als wenn ich hier irgendwas mache es war dann noch so eine mikrofon halterung hier dabei und ganz wichtig diese einzelnen teile da die sind die haben hier immer einen anderen anschluss also hier hat man eben das dicke gewinde um diese stange rein zu machen wo der kugelkopf drauf kommt hier hat man so einen lampen anschluss und deshalb musste ich das nochmal austauschen die teile muss ich mal gucken also so schlecht finde ich das gar nicht aber ich hatte eigentlich vor für die kamera da oben das war jetzt nochmal ein versuch bauen wir nochmal um so erster zwischenstand ich finde es da oben gar nicht so schlecht wackelt noch ein bisschen rum aber das könnte durchaus was werden ich habe eine lampe habe ich jetzt einfach auf den blitzschuh zugemacht damit ich da unten ein bisschen beleuchtung habe es war aber auch eine lampe dabei die ist normalerweise nicht dabei packen wir gleich aus aber erstmal muss ich mir was das mikro überlegen da gibt es zwar diese komische halterung aber ich habe wirklich schiss dass wenn das hier am tisch dran ist dass es dann doch zu sehr wackelt oder nicht viel mehr wackelt sondern man hört dann irgendwie wenn ich hier mal mache dann macht es klong im mikro außerdem habe ich ja auch noch meinen monitor den ich irgendwo ran schrauben will also drei arme sind ein bisschen wenig wenn auch noch ein licht dran kommen soll aber probieren einfach mal was wir machen können so ist jetzt eine volle lotte im bild aber das wäre mal eine möglichkeit aber dann habe ich eben keinen platz mehr für den monitor momentan sieht man das mikro noch aber gut das ist erstmal egal oh meine lampe oben hat sich weg gedreht ahja das kann mich ja fest drehen so gut so also packen wir mal dieses ding hier aus und gucken wo wir dieses teil anbringen anbringen was haben wir hier alles drin lift ja lift kabel usb a auf usb c so ein kleiner stativ äh nicht stativ das ist so ein für ein blitzschuh das sehe ich schon hier da für ein blitzschuh hier so ein teil für ein blitzschuh wird es scharf ich weiß es nicht das war übrigens bei dem stand dabei also da könnte man das sogar drauf schieben aber achso ich kann ja da oben die schraube runter drehen egal gucken wir uns die lampe an und gucken wo wir die anbringen und was die bringt ahja die lässt sich dadurch wirklich in jede richtung drehen das ist gut geht die schon an so ja an da hält ja gut kennt man ja man kann da irgendwie alles mögliche einstellen und auf dem hell dunkel was kann man farbtemperatur verschiedene modi wir sollten es nicht durchprobieren solche lampen habe ich schon zick getestet aber die halterung die ist cool gut gucken wir ob wir die noch anbringen und ich bin ja ganz hell und dann sehen wir mal wie diese konstruktion hier funktioniert oder auch nicht funktioniert ok das war's schon ist eigentlich ganz einfach das da oben anzubringen und dann hat man von hier oben ein licht glänzig gut aber das funktioniert man kann es hier hin und her drehen man kann das licht noch irgendwo anders drauf schrauben so was macht eigentlich das mikro hört man das wobei warum soll ich hier so drauf klopfen ja ich baue noch ein bisschen rum und dann kommt vielleicht ein fazit doch kein fazit ich habe jetzt erstmal versucht alles tatsächlich an dieses ding zu hängen und das geht erstaunlich gut weil ich zeig dir mal also das hängt jetzt wirklich alles da dran einmal die m6 x 2 die mich eben filmt hallo ich habe das 16 mm sich mal dran gemacht weil sie eben doch ein bisschen näher dran ist vorher ich das 22 mm erkennen und hier oben filmt die m50 und die machte sage ich auch ganz gut die hängt hier an dem kugelkopf der dabei war bei dem set und da habe ich auch noch die lampe dann mit so einem blitzschuh verlängere halten kann man da hinten an das stativ gewinde machen oder der hat ein stativ gewinde und da habe ich eben diese lampe angehängt ich bin jetzt ganz cool die lampe weil die nämlich per power delivery geladen und benutzt werden kann also die kann man während sie läuft laden mit einem power delivery ladegerät ich verlinke das unten drunter einfach das konnten die ganzen anderen lampen nicht die konnten zwar zum teil geladen werden aber nicht mit einem power delivery ladegerät und da ich nur noch solche dinge habe kompliziertes wort power delivery ist einfach blöd wenn ich die lampe nicht kann hier habe ich übrigens also hier bei dem wo die kamera vorne drauf ist habe ich ein so ein gelenk rausgenommen kann ich euch hier zeigen oder so ein gelenk rausgenommen das sind alles die gleichen gelenke nur vorne das ding ist anders und lustigerweise ist das so eine eine viertel zoll schraube dass da auch ein stativ also du kannst direkt wie im stativ oben einfach und ich habe so einen kleinen kugelkopf hier den habe ich daran geschraubt einfach und da steht die kamera drauf also an sich wirklich cool das ist jetzt alles daran hängt aber ein paar probleme gibt es noch nummer eins ich dachte eigentlich das problem wäre dass diese lampe wackelt wenn ich so am tisch wackelt dann natürlich ja aber viel schlimmer ist diese lampe da oben hier man sieht es vielleicht die schwingt so nach weil ich da oben einfach viel zu viel gewicht habe und natürlich das mikro ist hier im bild weil eigentlich muss ich die kamera niedriger das war nämlich diese hoch anzubringen muss ich noch ein bisschen rumprobieren aber du siehst man kann tatsächlich alles so aus dem zwei kamera set up an diesen stand dran bauen und das hätte ich so nicht gedacht also ich bin positiv überrascht wobei für mich passt es natürlich nicht so richtig ach so und ich habe jetzt auch nicht nur von oben weil wenn ich es von vorne machen würde dann hätte ich solche spiegelungen auf der brille das bringt natürlich überhaupt nichts deshalb kommt bei mir das licht von der seite oder auch nicht weil ich ja gar nicht so jetzt habe ich auch dieses licht ja also ich habe licht eher von der seite um eben die reflektion auf der brille zu vermeiden also für mich passt es so wie es jetzt ist natürlich nicht aber bei mir bleibt das zeug auch stehen wenn es nicht so ist dann ist der teil erstaunlich gut hätte ich so nicht gedacht gut ich war jetzt tatsächlich noch ein bisschen rum dass ich dann mein setup habe und dann mal gucken wie ich so objektive benutze ob die kamera noch da dran hängt ich glaube es nicht ich hatte vorher schon gesagt der monitor muss noch irgendwo hin wo habe ich denn den jetzt schon wieder hier der monitor muss noch irgendwo hin dass ich sehe was da oben kommt der hängt jetzt gerade gar nicht mehr und dann mal sehen wie ich das alles mache und die nächste und vielleicht auch die finale version ist fertig unglaublich es hängt tatsächlich alles an dem ständer kann sich mal zeigen das ist ich habe ihn jetzt an den schrank vor meinem eigentlichen tisch dran geschraubt hier mein tisch da der schrank weil es eben gewackelt hat vorhin wenn ich am tisch gewackelt haben das kann ich nicht brauchen hier die kamera die mich gerade filmt und daneben den monitor von der kamera da oben ich habe vorher schon gesagt die einzelnen schrauben da also diese schrauben an den gelenken sind viertel zoll schrauben deshalb kann man den monitor drauf schrauben genauso habe ich da oben auch die lampe drauf geschraubt das ist die die mir oland sie mitgeschickt hat ja krasser kabelsalat kann man irgendwann mal schick machen muss man auch nicht weil es nichts an der funktionalität ändert und überladen habe ich das ding natürlich auch weil ich habe jetzt hier drei segmente die hier raus kommen um die kamera von oben da drin zu haben das muss ich mal gucken ob ich denn den pole da hinten also da wo alles dran hängt wie heißen das diese hier diese diese wie stange heißt ob ich die irgendwie abspannen oder so und bis jetzt hält da stand drauf zweieinhalb kilo oder so zwei kilo keine ahnung es hält kurzer einwurf um noch mal über die lampe zu sprechen ich habe sie wieder abgenommen ich hoffe hier unten ist jetzt hell genug dass man da noch alles sieht ich habe schon gesagt man kann sie per power delivery laden zwischen power delivery ladegerät was man sehr entgegen kommt ansonsten habe ich solche lampen ja schon oft vorgestellt hier einschalten dann kannst du da die mode durch klicken oder auch nicht und kann hier dann verschiedene farbtemperaturen je nachdem welchen modus du hast heller dunkler und so einstellen ich denke mal in diesen ganzen lampen ist das gleiche led panel drin und die gleiche technik das geile an dieser lampe ist aber dieses ding hier man kann sie so ran stellen damit und man kann es einfach so wegklappen dass es keinen platz weg nimmt und nicht so viel platz weg nimmt und man kann es eben in jede hinsicht verbiegen also gesehen wie es oben dran hatte um es irgendwo ran zu machen man könnte ja auch da einen so man könnte auch so einen haken draus machen um sie irgendwo ran zu hängen also das finde ich finde ich echt cool und besser als magnet oder man schraubt das ding auf dem blitzschuh so jetzt habe ich sie auf dem blitzschuh und ich kann sie halt auch hin und her drehen wie ich sie gerade möchte kannst du ein bisschen runter kannst du nach oben drehen wenn die richtig festgeschraubt wäre dann würde es auch halten also dass das ding finde ich echt cool und eigentlich ist es wie als das perlen vor die säue geschmissen die da oben nur ran zu machen mal gucken ich baue das jetzt wieder auf und dann würde ich sagen ich mache zwei drei videos mit diesem setup und dann melde ich mir erstmal wieder zum fazit dann haben wir die sache auch aus der praxis und dann wissen wir auch ob die sache hält oder nicht ja es hält hätte ich so auch nicht gedacht aber wir haben sind anderthalb wochen später ich habe die konstruktion noch mal ein bisschen modifiziert und zwar habe ich hier jetzt die kamera auf der anderen seite mit dem sigma monitor auch alles auf dem stand mikro auf dem stand und mein drei armiger ausleger hier oben mit einem led licht mit der m 50 und da hinten am led panel ist auch noch da und hält wunderbar also hätte ich so nicht gedacht du hast gesehen die lampe habe ich abgenommen wie gesagt es wäre perlen für die säue schmeißen die da oben dann zu machen die nehme ich lieber um hier sachen auszuleuchten weil das einfach genial ist mit diesem ständer oder eben auf dem blitzschuh blitzschuh ist super aber wie gesagt die ist eigentlich nicht dabei die ist auch von ulanzi ich verlinke die unten drunter wenn du diesen ständer zum streamen oder für videokonferenzen oder so nimmst dann würde ich den ringlicht empfehlen das macht einfach ein schöneres licht vor allem wenn du keine brille hast dann hast du die reflektionen auch nicht wenn es von vorne kommt das ist super gut aber unterm strich ich kann es halt tatsächlich empfehlen auch für ein zwei kamera set up auch wenn es da natürlich überladen ist aber es hält und für videokonferenzen oder so um schnell am küchentisch aufzubauen ist es echt perfekt kostet auch nicht viel ich verlinke dir unten drunter alles nicht vergessen meinen kanal abonnieren dann kriegst du auch mit ob mir das ding doch irgendwann mal auf den kopf fällt hier gibt es mein letztes video und dann sieht man sich auch schon beim nächsten mal bis dann schau